Achtung, wenn jemand jetzt eine Kamera auf den Kopf fallen sollte, es war der Tobias. Es geht los. Achtung, fertig. Jetzt geht's los. Herzlich Willkommen. Also wenn jemand die Kamera wirklich abkriegen sollte, dann bin ich das ja wohl dann. Herzlich Willkommen. Wir fangen vorsichtig an. Wir haben Tobias an Bord. Wir machen erst mal ganz vorsichtig. Begen der Jungs an Bord, die quietschen immer so. Achtung, fertig. Erst mal ganz gemütlich. Jetzt geht's los. Achtung, fertig. Hey, 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 nein, stopp hier. umoomar. Untertitelungen auf Bord. Untertitelungen auf Bord. Ich glaube, was jetzt überlebt, das nicht. Der Mond ist verspungen, und das ist halt rein, und es ist... Nun glaubt das nicht, Sigmar Röntgen, nur Schüssen, nur Schüssen. Ah, ich dachte, ich bin schüssen, nur Schüssen, nur Schüssen, nur Schüssen, nur Schüssen, nur Schüssen. Das wird ein langer Blut, dieser wilder Weg, wird kein leichter sein, nie. Die Leute, die mal ganz nah oben wollen, hier ist er, ist er, Powerball. Ja, ja, ja. Too much fun. Too much fun. Hardball iiang. Na, na, hat vielleicht irgendjemand irgendwas rumfliegen lassen? Ja, ja, wir haben wieder Blondinen an Bord. Ihr seid aber auch tündelig. Hast du eine Blondine an Bord? Kannst den Flug lang in den Tonne trainieren, kannst du den, den, den. Jetzt müssen wir noch fahren. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte.